Es ist nicht mehr lange bis Heiligabend. Willkommen zur 20. Folge des Pokémon TCG Adventskalenders. Heute geht's noch ein bisschen mit Sonne- und Mondpacks weiter ab. Und ja, die letzte Folge hat zum Glück noch mal was Gutes hervorgebracht. Ganze zwei seltene Karten. Hier kenne ich inzwischen alles. Außer vielleicht eine der Rares. Fiaro kannte ich, glaube ich, noch nicht. Brauche ich aber auch nicht. Und schon wieder ein tanzender Vogel. Ich liebe diese tanzenden Vögel. Ja gut. Sturmabend Moment habe ich übrigens auch in echt noch nie geöffnet, falls ich das noch nie gesehen habe. Ein coolen, glitzernder Baumersstein. Eine Trage. Ein Bodenpferd. Ein Eisigel. Ja, deswegen will ich Sturmabend Moment auch ein bisschen aufschieben. Und anscheinend wird das heute wieder keine so erfolgreiche Folge. Und wieder so eine 2-Minuten-Folge. Aber hey, ist mir egal. Die letzte Rare. Ich gucke mal wieder weg. Das mache ich einfach jede Folge. Ab sofort war es echt Tolles, sich das am 20. zu entscheiden. Aber ich habe es ja sowieso fast immer gemacht. Und es ist... Weck gucken. Ist es gut? Ist es wieder gut? Letztes Mal habt ihr mich ja nicht angelogen. Ja, ist es? Boah, lügt mich doch nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.